Was ist das Reifengeschäft? Wir sind hier im Autohaus Mollfinger in Schwäbisch Gmünd. Wofür man sich besonders interessiert, ist das Reifengeschäft. Es werden sogenannte Räderwechseltage angeboten an den Samstagen. Herr Herzfelder, der Servicelader dieses Betriebs, hat uns erzählt, dass an jedem dieser Räderwechsel Samstage um 17 Uhr kein einziges Rad mehr umher liegt oder steht, sondern aufgeräumt ist, vorher gewaschen. Das ist insofern besonders, weil hier keine einzige Waschanlade für die Räder steht. Das macht man alles manuell, was den Vorteil hat. Man fasst es an, man spürt, wo etwas nicht in Ordnung ist. Hochinteressant wie der gesamte Betrieb. Das Besondere am Service-Chef Autohaus Mollfinger in Schwäbisch Gmünd ist, dass ein sehr engagiertes Serviceteam jeden Tag den Anspruch hat, die Kunden ehrlich und auch langfristig gut zu beraten und zu betreuen. Das Reifengeschäft spielt bei uns eine sehr wichtige Rolle. Wir legen da wirklich sehr Wert darauf, unsere Kunden da einmal optimal zu beraten, was das Thema Reife angeht und gleichzeitig unsere Kunden auch immer ein bestmögliches Angebot für Reife zu geben. Die Zukunft vom Auto aus Mollfinger in den nächsten fünf Jahren wird mit Sicherheit für uns ein Schwerpunkt die Elektromobilität sein, wo wir uns jetzt schon seit drei Jahren sehr gut darauf vorbereitet haben. Und jetzt da die nächsten fünf Jahre da das ganze Thema vertiefen können und auch unsere Kunden zeigen können, welche Kompetenzen sich da schon bei uns angeeignet haben. Und mit Sicherheit wird noch dieses Thema Betreuung unserer Kunden über die normale Servicethema hinaus, was Elektromobilität angeht, Digitalisierung im Fahrzeug, ein Schwerpunkt mit einem, wo wir auch für unsere Kunden weiterhin Ansprechpartner sein möchten. Das ist ja gut. Bis zum nächsten Mal! Tschüsss! Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020